Willkommen Willkommen Freunde zurück zu einer weiteren Folge von Unnepic Wieder mit dabei ist der Dashie, der da Hallihallo So, ja jetzt wieder Sherwood Forest, ihr kennt's ja Hab ich mein Dings repariert, mein Streitkolben? Ja, hab ich 102% Achja Wollen wir die alle kaputt machen, wirklich? Ja, ok machen wir Eigentlich nicht, aber Ich hatte grad wieder den Bug, dass ich Nichts equipen konnte von meinem normalen Dings Echt? Hatte ich komischerweise noch nie Weiß nicht, das Game mag mich nicht, ah ja, komm hier Das sind keine Diebe Ich seh nix, wo sind sie? Weg Aber die gehen mir trotzdem auf den Sack, ob sie klauen oder nicht Ja Das stimmt Ob wir die nicht töten, wie verformieren die? Ok, gar keiner Das ist nur Verschwendung von Haltbarkeit Ja Ja Mit dem neuen Streitkolben jetzt läuft das Also mit dem reparierten Durchaus Dann hoff ich mal, wirst du das rollen und rocken Ich hoff's, ich darf nur nicht drauf gehen, damit die Ding runter geht, ne? Ah ja Gehst du schon nicht? Oh nö Guck mal wie er ein Level Up bekommt hier, ey, unfassbar Der Gauner Gleich mal skillen hier So Warte mal ganz kurz, an dir kann ich nicht ablegen, ne? Kannst du das aufnehmen hier? Ne, kannst du nicht Das ist wieder frei drauf Nein, was ist das? Das war die Streitkolben Meisterschaft 2 Achso Die echt viel gebracht hätte wahrscheinlich Weiß nicht, ob ich da erst die erste brauche Ah hast du, ich denke du hast Streitkolben gerade aktiv Ja, aber nicht die Ding Die Meisterschaft Ich glaube nicht, dass man Oh, ich bin gleich tot So, der Mager ist weg Lächerlich, was das Feuerdings an Schaden macht, ja Jetzt kommt die auf dich zu ran So ist das Ich kann dagegen die Dings echt nicht mein Dings benutzen Mein Dein was? Mein Schwert Eigentlich Ne Ich muss diesen ultra, ultra langsam Dings benutzen Wir gehen aber erst noch bis hinten durch, oder? Ne, hier war glaube ich nur Ne, da ging es rein, okay Ah, den Loot können wir hier am Anfang mal mitnehmen schonmal Da sind noch ein paar rote Essenzen für dich Ja, ich kämp' gerade noch Oh Jetzt nicht mehr Essences Was ist, achst du, hier ging es weiter, ja Ja, ich glaube Na gut, dann lass mal das erstmal Ja Auch wenn ich keine Lust habe, jetzt den ganzen Friedhof wieder durchzulaufen Ähm, aber es gibt gute Luft und so, weißt du Und in den Gräbern ist sicherlich tolles Zeug drin Ja Ja Ja, mach mal die Schlange Blatt Lässt mich ja nicht, also ich hab ja, ah ne, doch doch Batsch, toll vergiftet Der Haum haut rechts rein, oder? Ja Ja Holy shit No Die Unglaubischen Erfahrungsbringer Die Unglaubischen Erfahrungsbringer Aber wir haben gute Erfahrungen Noch mehr Pfeile Noch mehr Pfeile Später Hast ihr noch keine Eismagie? Ne, noch nicht Ich weiß halt nämlich nicht, ob sich der Scheiß, äh Bolzen da lohnen Ich weiß ja auch nicht, aber ich mein, du hast da wenigstens Magie Du kannst die ein bisschen nutzen Gerade auch für jetzt, ein bisschen schnell casten Ich bin tot Ja Ups So, der Magier ist weg Irgendwas ist das ätzende daran Irgendwas ist das ätzende daran Ich hab ein Schwert des Seel-Erfrierens Seel-Erfrierens, oder so Aua Die Raben leben immer noch Du bist gleich tot Ha? Du bist gleich tot Ich weiß Ach ne, ist ein Dolch, kein Schwert, sorry Achso, ein Schwert, ne, ich hab ja grad eh nicht zugehört Ich glaube 180 Schaden macht eh kein Schwert aktuell Nö Und macht keinen Dreifahrten, ne, doppelte Schläge Das ist extrem gut Gegen die Magier kann ich aber, glaub ich, benutzen Gegen die Skelett-Magier, die sind glaub ich nicht so Oder? Weil da sind die Anfänger doch viele Streitkolben Ich weiß nicht Statt fürs Schwert Keine Ahnung Ich auch nicht, auf jeden Fall muss ich es benutzen Sonst bin ich echt nutzlos hier drinnen So, hier müssen wir gleich auf uns sein Naja, nächster bist der du schon Ja Tag Bist du reingegangen? Ja Hi Hi Das, glaub ich, da geht's nach unten, ne? Ne, ich glaub, da ist irgendwo Ende, glaub ich, oder? Ander, da ging's grad Ja, aber auch noch weiter Oder? Ich weiß es gar nicht mehr Bin mir auch unsicher Aber ich glaub, hier ging's weiter, ja Ah, dann war der andere Ah ja, über uns Ja Na denn Ja, einer ging, einer ging irgendwie nicht so weit runter irgendwie Ja, das war wahrscheinlich die erste dann Ich weiß es Brauchst du ne Heilung? Ja, wär ganz cool Ich seh, dass du, äh, fast tot bist Richtig Reicht, schuldest du mir 100 Gold Gut Haha Kriegst du nachher Ups Jaja, hau ruhig neue Neue Monster frei Dreckige Gräber Ja Das Problem ist, ich darf halt einfach nicht sterben Ah ja, das, das, äh, resetet sie, äh, das kriegst du schon wieder hin, die neun Punkte aber muss halt lange laufen dann Wie die neun Punkte? Naja, du gehst, du würdest eigentlich nicht sterben wegen deiner Meisterschaftspunkte oder nicht? Ne, wegen, äh, der Haltbarkeit von meinem Streitkolben Wenn der weniger Schaden macht, sind wir halt am Arsch Achso, wenn man stirbt, kriegt man extrem weniger Haltbarkeit oder wie? Ja Ok, wusste ich nicht Glaube ich zumindest Ich dachte nur, wo man drauf schlägt Nö, meiner hat noch 100% jetzt Ja, kannst du ja vorher 110% gehabt haben Nö, aber rein geht nur auf 100 Ne, ich habe ja auch 102 gehabt vorhin Echt? Ja Ich war mir sicher, dass es 100% war Ja Meiner Ah ja Nächstes Land kommt wieder, glaube ich, ein Magier Auch wenn die scheiß Gräber halt nicht immer im Weg, ne? Ja Möntis Ah, das gibt's doch wesentlich, äh, flockiger als beim letzten Mal schon Ja Finde ich Auf alle Fälle Jaaa, genau Schönen die Skelette verarschen So viele Pfeile Und von wegen jedes Ding, was ich anschlag, droppt keiner Skelette Beim letzten Mal, weißt du, war der Bug gewesen Achso Nö, kein Magier, aber viele Skelette Und wieder eine Gruft Ja Dem Grab Okay Okay Haa Du brauchst Zauber Ich brauch Zauber, für was denn? Damit du den Skeletten auch ohne den Streitkopf viel Schaden machen kannst Glaube ich nicht mal Denkst du nicht? Nö Mö 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 Bukesedieb Aber gegen das Skelette ist das scheiße Okay Hat das eine Map Na gut Ne, hat keine Map Nö Hat nicht mal eine Map Ja, ist ja auch ein Eingang Wir haben keine Map Mö 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 Das letzte Mal nicht gestört gehabt Aber der macht ja auch keinen Schaden Gegen die Skelette So, gehen wir hier zuerst lang Wobei wir müssen links, rechts ist ja der Boss gewesen Das heißt wir versuchen so in linke Richtung zu laufen Ne, das war ja so im Kreis, der Boss war ja quasi unter uns oder? Nö Ja, der Ja, ich würde trotzdem erstmal ganz nach links Ich glaube da haben wir jetzt mal auch ein bisschen was verpassen gehabt Oder nicht gemacht gehabt So, was kommt da jetzt an? Gelätter Da siehste Oh, wobei? Weil es natürlich so ist, ist es natürlich ziemlich cool Oh ne Warte, warte 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 Dein Ding ist halt wirklich also immer noch 100% ja, deine Waffe Ja Das ist interessant, also ich werde auch mal bei mir gucken ein bisschen mehr Ähm, ja erstmal drüber, würde ich auch sagen, erstmal hoch Warte, ja ok, gehen wir erstmal links würde ich sagen Gut Das ist spannend, also ich dachte ernsthaft, weil ist ja eigentlich logisch, dass die Haltbarkeit von Waffen runter geht, wenn Naja So, da sind wir jetzt mal fünfmal gestorben gefühlt, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Also gut, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Ausrüstung hoch und Level und so weiter Ich hab nichts vom Hallen, das ist natürlich auch doof Ja gut, warte, warte Ah, kacke Achso, ja Warte, warte, warte Wenn's natürlich so ist dann, äh, dass du nicht sterben darfst, dann ist natürlich wichtiger, dass du dann überlebst wegen dem Streitkolben Das wäre halt auch wesentlich einfacher, wenn man die Gegner irgendwie so ein bisschen stunnen könnte oder so einen Scheiß Oh Gott Rüstung beschädigt Oh Weg, 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 weg Dachte ich kriegen noch Ich denke, da würden sogar noch ein paar mehr spawnen dann später Ah, jetzt bin ich wieder oben Äh, hast du ne Scroll of Meeting? Äh, nein Schade Gut, dann Du eine Ich hab zwei, ja, hatte ich auch mal aufgenommen, einen Stack Wo du immer alles lootest hier Ja, aber ich werde natürlich mit Freunden, auch du bist ja da oben, auf dich warten Dann gucke ich gleich mal, was ich so habe So ein paar, paar, äh, Rubine und Zafira habe ich schon, das ist schön Mh, bringen gut Kohle, die Dinge Auf jeden Fall, also 30, glaube ich, pro Stück oder so Weiß ich grad gar nicht genau Ich werde mich mal selber heilen Ich brauche auf jeden Fall Schwerter, Schwertmeisterschaft 3, jetzt Auf mal 5 und mal 6 Schaden Hm Heilung könnte ich sogar noch einen Punkt skinnen, aber ich glaube die Punkte lasse ich für nächste Für nächste Stufe Ich habe sogar mit Heilung eine 8% äh, 8% kritische Rate Ja Da würde ich dich dann mehr heilen Das ist der Scheiß Deswegen heile ich manchmal 180 bei dir oder so Was ich trotzdem merkwürdig finde, ich habe zwar einen Ring mit Regeneration 1, aber ich Macht nichts das Ding Sag mal, wo geht's denn da runter Regeneration 1 Hm Vielleicht hilft das nur bei Regeneration sauber, dass du da mehr heilst Das ist eine gute, das stimmt Das können wir gleich mal testen dann später Wenn ich dann den sechsten Delfin habe Kommst du runter? Also Ja, ich bin unterwegs Wunderbar Hier sind noch zwei Pfeile dann Insgesamt Oder soll ich die mitnehmen? Naja, nimm's halt mal mit Komm mal, wir sollten wirklich am Ende des Dinges dann halt wirklich traden Wenn wir dran denken Wenn wir dran denken Wir sollten dran denken Du bist der Zweite, der durchgeht, also du musst dran denken Ja, aber wenn du schon durchgegangen bist, ist es halt rum, ne? Stimmt Das heißt, du musst dran denken, weil du der Erste bist und ich nicht ohne dich weg kann Du kannst nicht ohne mich? Nö Jetzt hab ich's endlich Hässliches Auge Mega hässliches Auge Mega hässliches Auge Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Er ist auf mich fokussiert, ne? Jo Ne, doch nicht Shit Oh Gott, warte, warte, warte Komm mal hoch Komm mal hoch Komme Vielen Dank Fixend Deswegen brauchst du den Frostzauber, weißt du, damit du sowas auch machen kannst Sollte eigentlich tot sein, oder? Ja, aber du musst kaum schaden Ja, aber du musst kaum schaden Sollte gleich tot sein, ja? Muss er mal Tod Jetzt Rote Ne, doch nicht Armitestessenz Rote Bombe Ja, ja Ah, ne Wir können, wollen wir den Save wirklich mitnehmen? Ja Wir müssen ja nicht da unten reingehen Aber ich weiß nicht, ob die jetzt, die sind ja sowieso jetzt schon da Ich weiß halt nicht, wie, inwieweit die rauskommen Aber gut, wir sind jetzt hier, fertig Ja Aber ich hab keine Lust, ähhh Ja Zu sterben und dann den ganzen Weg wieder zu laufen So wie ich gerade Oh Gott, da ist ja noch einer Ach du Kacke, wo kam der denn her? Keine Ahnung Ja, 90 mal heilen kann ich noch, das ist nicht mehr wirklich viel Nee Wenn man das hier so betrachtet Das bin ich Wollte nur auf dich warten Du kriegst, ja ja Oh, hier ist noch einer, oh Gott, oh Gott Shit, 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 shit Wo die alle herkommen, ähm Läuft der links lang? Ja Das war sowas von Wasted Was ist das? Was ist das? Dieser Idiot Den hier oben noch töten? Den bitte ich aber nicht Den müssen wir aber Du bist jetzt nicht auf meiner Ebene, ich kann dich nicht anvisieren Die halten noch was aus, ey, das ist unglaublich Du machst Ja Ich mach ne bessere Heilung Wär ganz cool Und hab mehr Essenzen Mehr Geld Lass runterlaufen Runterlaufen? Na ja, okay, ich dachte kaum ein paar mehr Hätte ich mal eine 5 vielleicht zünden können LOL Wie geh denn jetzt hin, äh So dumm Keine Ahnung Achso, bin schon wieder nur auf dich fokussiert gewesen Hast du trotzdem in irgendeine ziemlich merkwürdige Richtung geschossen? Hm Soll ich auch so Komm, lauft weg jetzt Wichser Das ist aber meiner gewesen Hast du nix zu futtern bei? Nein Du glaubst mir immer den ganzen Käse Achst doch ne Lüge, ich hab da selber nix Ich hab einen einzigen Käse hab ich Ne, mehr sind da nicht Hier gibt's aber nicht so wirklich Alchemie um Tränke zu machen oder sowas, ne? Ne Gibt's auch nicht mal zu skillen, oder? Wobei Tränke brauen Ne, muss man, muss man da erlernen Ne, das kann man, kann man so nicht skillen Das muss man erlernen Ach, kommt schon Leute, ist das euer Ernst Ist das asozial Ja, dann fragt man sich warum der Part, äh, daraus besteht ein einziges Level zu machen Linken erstmal Rüstung beschädigt Ich glaub langsam geht's los, ey Na schön, hau ich erstmal konsequent in die falsche Richtung Ja Hier war nicht mal was Ja, super Okay, drei Stück Wenn sie gleich weg sind, kann ich ja wenigstens mal einen effektiven Zauber machen Wenn sie die gleiche Wenn sie alle in die selbe Richtung weglaufen Tun sie nicht Diese Wichse Oh shit Das ist noch viel mehr, da kommt noch viel mehr Jetzt haben sie alle weg Nice, äh Wollte runter den einen backsnacken, aber dass der andere mich da direkt erkennt, hab ich nicht damit gerechnet Oh nein Ufff Ich könnte ne Bombe unten hinlegen Wenn du es doch schon erschaffst Und sterben Ja, das ist halt die andere Sache, ne Naja, die bleiben ewig so, bis sie, bis sie unten stehen bleiben Warte mal, ich riss mal meinen Streitkolben weg Kann doch nicht sein, ey Aber wir können ewig, wir können ewig weitermachen, das bringt so nichts Wir müssen hier irgendwie killen Warte, warte, geh weg, geh weg, geh weg, weg, weg Okay, hat nichts gemacht Hast du zerbischt? Naja, lass mal hier ganz kurz ne Pause machen Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Ciao Büssi